Wie du deine Freundin zurückgewinnst. Es ist hart, deine Freundin zu verlieren. Aber gib nicht auf, es ist noch nicht zu spät. Der erste Schritt ist, ihre Gefühle zu respektieren. Verstehe, was schiefgelaufen ist. Nimm dir Zeit, dich selbst zu reflektieren. Ändere, was geändert werden muss. Zeige Reue und Engagement. Versuche, mit ihr zu kommunizieren. Aber dränge nicht. Lass sie ihren Raum haben. Schließlich, sei geduldig. Liebe braucht Zeit. Zeige ihr, dass du immer noch derjenige bist, den sie geliebt hat.